Weißt du schon bestellt, was du haben willst? Ja. Okay, aber lass mich bestellen, ja? So, willst du schon bestellen, was hier Hamburg ist? Ja, für mich bitte eine Cola Zero und einen Cheeseburger. Und für meine Verlobte ein Wasser und einen Hamburger. Du bist ein Tom, oder was ist die Verlobte? Ja, du bist doch meine Verlobte. Halt die Schnauze. Was machst du jetzt da?